ja 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 eigentlich müssen wir jetzt nur die ganzen Banditen rumnieten mehr müssen wir gar nicht machen und die Svex-Pasten die haben wir doch schon oder was? ja das stimmt halt noch so einer da drin soll noch eine haha die sind keine Herausforderung mehr haha Strico ja haha hi was Hilfe Hilfe mir please help me nö ja ok Dankeschön wir machen jetzt aber wirklich verdammt viel Schaden die Viecher das ist krass ja wir sind einfach nur ein Level zu niedrig so kann man es auch sehen wenn wir auf dem selben Level wären sieht es wieder anders aus ich bräuchte doch mal ein anständiges Schild noch das ist zur Hölle wieso das ist zur Hölle es hat ihn grad da richtig reingehämert oh oh das sind Transfusionskanal ja das sind Transfusionskanal das war's oder wir sind 50 ich brauche 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 das ist schon expectation ich traute komm wir singen wie der Gospel Nein Pleson bitte nicht bitte nicht bitte nicht also wie meine Waffe wackelt okay jetzt was macht ihr denn da? nicht auf ja tu ich ja tu ja fick dich Mist viel ich hab lags alter geht ab ah so sehen also die Phönixflügel aus die Phönixflügel du brennst einfach nur wie der keine Ahnung bist du ein bisschen gaga loko? der Phönixflügel man Niemals äh tu mir einen Gefallen und waschi die Augen hast du nicht gelernt muss man die ja muss aber mal höher schrauben hier deine Teile ach so eine Scheiße man deine Dings da was was ich meine sie ist ja jetzt nochmal gleich schick Hilfe Hilf mir jetzt muss ich gleich mal die Phönixflügel haben fachscht ja ne schaffst Flügel wo hast du Flügel wo hast du Flügel ja du hast Flügel stimmt sieht geil aus dich musst du tun ist das ja ne SMG die du brauchst war gut blau das brauche ich auch was war das altes war SMG drück ab erstmal gucken ob's ne so ne Ding ist ach so la wollte das so la ich auch so la wo sind die hinten hier die macht nicht mal Dingsdamage gar nicht mal Dingsdamage gar nicht mal Dingsdamage schau mal hier und meine macht eh kaum Feuerschaden ich hab eine mit 1x Blitz wie viel Schaden macht deine Feuer damit ist trotzdem besonders links wie gut ist denn deine sag mal meine macht nur die ist total low die macht eh 24 Stämmet und was für eine Feuerte äh mal 3 ja ok dann nehm die hier Alter ich hab die hier fallen gelassen ja ich hab's gesehen das war mal ich hab's doch nicht besser ne die ist beschissen Diskursionsschaden macht keinen Schaden auf Zeit oder ich denke schon oder wirkt sich das auch auf die normalen coolen dann aus ich hab's doch schon ich teste es einfach mal ach stimmt das war ich diskursionsschaden ist fertig komm abgeben hurray gut money money boy Irgendwie Lecks hab ich das Gefühl. Wenn man Money Boy braucht, ist er nicht da. Das ist die Stelle, wo ihr lachen müsst. BANG! Wenn dir das in den Kopf geplaatzt, ah ne, kann der Tom eigentlich sehr unter dem Uncut spielen. Ha ha ha, macht mich doch fertig, Lums. Ach, er hat Cut, scheiße. Das Geld nicht verankert. Nix mit Geld zu tun. Oh, 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 Hattes. Geld ist weg gleich. Wobei, nein, ich geb dir kein Geld. Oh, oh, oh. Ach, hier war die Waffenküste da, ne? Und ich kriege auch Geld. Ja, wir kriegen auch Geld von ihm dafür, dass wir mit ihm spielen, von uns erbarmen, mit ihm zu spielen. Ja, macht ja sonst keiner. Wer weiß, wo ich hier wär, wenn ich euch nicht bezahlen würde? Wenn ich alleine bei Borderlands spiele. Dann wäre es im Säuten auch Level 55 nicht, wenn man irgendwas macht. Ja, ihr seid quasi meine Guides. Und weil das natürlich eine riesige Arbeit ist, mich hier durchs Spiel zu bringen, bezahle ich euch auch dafür. Ist ja völlig logisch. Ich wäre unglaublich unfair, würde ich das nicht tun. So, müssen wir hin. Tut was für euer Geld. Los, gib mir Geld. Innen Geld. Flasche mit Fusel. Ist zur Hölle, ist das jetzt wiederum. Alkohol. Ah, das C4 hätte mir irgendwo auch anbringen müssen. Sie vor, ist bemüntet. Da sind Fuselkrieme woanders, gucken wir auf die Map. Und der Wetter hat auch, muss die Quest ändern. Das kannst du, glaube ich auch. Kann das nicht jeder? Nee, kann nur das Asch zu sehen. Ja, das ist echt. Ähm. Wo war hier das T4? Wir müssen wieder raus. Da haben wir die Quest. C-Ladung. Die müssen wir da platzieren. Sieh vor, ich bin plant. Oh, da waren wir doch gerade. Ey, so eine Dreckscheiße. Toll gemacht, Tom. Alles deine Schuld. Ich geb dir gleich. Komm, komm, komm. Wir tragen aus, die echten Männer. Mach mal aus. Box mich sowieso wieder zum Dreck, du Penner. Tschüss. Ich schon. Wer? Er ist direkt hinter dir. Er ist direkt hinter dir. Alter, Florent, bist du jetzt auf einmal blau? Hab ich mich auch gefragt. Bist du blau? Alter, geh weg. Geh weg. Geh weg. Gehst du weg? Ich hab schon längst gewonnen, Mann. Nö. Niemals. Nein, du hast nicht gewonnen. Nein. Ich bin nicht blau. Doch, du bist blau. Bist du rot? Jetzt ist er wieder rot. Oh, die Schütt. Probieren wir's nochmal. Jetzt ist er wieder blau. Ja. Änderst du meine Farbe auch? Ja, du bist rot. Was ist die Hölle? Nooo. Loool. Keine Chance. Ich glaub, du hast nicht demoliert.